Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen Doppelpack. Geht heute auf jeden Fall weiter. So ein bisschen würde ich sagen. Wir fangen an mit dem nächsten Rennen. Die Bedingungen sollten auf unserer Seite sein. Der Marshall hat nichts zu berichten. Das ist immer eine gute Information. Der Marshall hat nichts zu berichten. Die Strecke ist frei. Wunderbar. Gute Bedingungen. Also kann das nur erfolgreich werden, oder? Na Gott, let's go. Gute Bedingungen. Gute Bedingungen. Links 4 Rechts 3 In links 2 100 Kuppe sofort Rechts 2 Nicht schneiden In links 1 Rechts 2 In links 2 Achtung Bisschen konzentrieren gerade. Gehen wir schon hin, hoffentlich, hier heute mit dem erfolgreichen Auftakt im Rennen 3 hier in den Welt. Jetzt ist das Achterrennen. Oh, das sieht gut aus. Wollt ihr ein bisschen hoch und weg? Ich bin auch fast, dass wir hier nicht zu weit rausrutschen und rausfliegen. Rechts 4, in links 6, 60, links 5, rechts 4, überwunden, links halten, durchsenken, rechts 2, durchsenken, links 3, rechts schneiden, 100, überwinden, sofort offene Kehre rechts, innen halten. Rechts 6, links 6, bockene Kehre links, innen halten. So, jetzt gehen wir doch schon hin. Sieht doch gut aus, ja, das wäre doch eine Zieggut. Jetzt sind wir gleich noch weiter vorne. Jetzt sind wir gleich noch weiter vorne. Nicht steigen, 90 Grad rechts. Wir haben mal 10 Sekunden gepackt, 32 Sekunden. Jetzt sind wir momentan vorne. Genau. Links 5, rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehre links, lang, durchsenken, in rechts 6, links halten, überwunden, rechts 5, 60, links 6, gucke, senken, rechts 6, links 6, rechts 5, gucke, rechts schneiden, links 6, durchsenken. Oh, wir haben sogar ein bisschen Zeit fliegen lassen. Wird doch nur eine Sekunde wahr. Jetzt haben wir auch nicht weiterfragend, glaube ich. Ja, wir haben das auch groß genug. Links 4, links 4, links 4, links 6, durchsenken, links 4, überwunden, durchsenken, links 6, mittig halten, überwunden, rechts 3, überwunden, 60, durchsenken, offene Kehre links, lang, nicht schneiden, mittig halten, überwunden. Durchsenke, rechts 3, rechts 3, links 3, durchsenken, links 3, durchsenken, mittig halten, überwunden, 60, in offene Kehre links, links steigen, links steigen, links steigen, links steigen. Rechts 5, links 6, links 6, links 6, überwunden, rechts 3, links 6, überwunden, rechts 3, links 6, überwunden, und Achtung, rechts 4, nicht steigen, sofort, scharf links, 60. So, scharf links, also müssen wir hier, müssen aufpassen. Wunderbar. Zweifelstück haben wir noch. Rechts, rechts 4, links, rechts 1, rechts, rechts drive, rechts 4, rechts, links 6, rechts, rechtsweg, rechts 3, rechts, rechts 4, rechts droit cigarettes oder so etwas dazu bekommen. Rechts 4, links, rechts dying, mittig halten, überwunden, rechts 4, überwunden, links, 2, links, 2, rechts 6, links 4, links, rechts 4, rechts 8, rechts. Fuchsie, ist genau angeabgehoben. So, Teil 1 haben wir schon mal geschafft. Mit einer Zeit von 6 Minuten und 6 am Ende waren es 1 Minute, 6 Vorsprung. Also die Aufgabe haben wir schon mal mit Bravour gemeistert. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut, der nächste Teil steht jetzt gleich an. Wahrscheinlich fahren wir sogar doch durch. Da wird der letzte Part, also der Auftaktpart. Ein bisschen... Ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer. So, auf geht's. Ja, ich fahre durch. Naja, wenn wir mal so, das letzte Rennen auf jeden Fall. Für heute diese Woche. Rechts 6, über Kuppe, durch Tor, 150, links 5, links 3, über Kuppe, rechts 6, über Kuppe, 60, durch Senke, links 3, Kuppe, rechts 3, lang, Kuppe, links 5, 200, Achtung, langsam, scharf rechts. So, das können wir auch noch hin, Leute. Mittlerweile hinten, der erste Teil ist schon geschafft. Links 5, links 3, über Kuppe, rechts 6, über Kuppe, 60, links 3, durch Senke, mittig Hand, über Kuppe, 60, mit offenen Kehren, rechts lang, rechts steigen. 60, durch Senke, links 3, über Kuppe, durch Senke, links 3, Kuppe, rechts 3, lang, Kuppe, links 5. Durch Tor, durch Senke, links 3, Kuppe, rechts 3, lang, Kuppe, links 5. Durch Tor, rechts 5, über Kuppe, links 3, lang, rechts steigen, rechts 3, über Kuppe, durch Senke, 60, durch Tor, links 6, über Kuppe, 2, über Kuppe, rechts steigen. Rechts 5, links 6, rechts 6, rechts 6, in links 2, lang, macht auf, über Kreuzung, 60, links 6. So, das können wir auch hin. Welcher letzte absteht, dann schauen wir schon durch. Rechts 4, links 3, mittig halten, über Kuppe, rechts 4, überrollen, nicht schneiden, in links 2, 60, Kuppe, senke, rechts 6. Uhu, passen. Rechts 4, über Kuppe, 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 rechts 6. Durch Senke, mittig halten, über Kuppe, durch Senke, links 6, nicht schneiden, rechts 3, lang, rechts schneiden, Kuppe, links 5, durch Tor, durch Tor, links 6, über Kuppe, 2, über Kuppe, rechts 5, links 6, 100, links 5, links 3, über Kuppe, nicht schneiden, rechts 6, über Kuppe, durch Tor, 60, links 6, durch Senke. So, geht es Richtung Zielstraight. So, wir haben es geschafft. Mit einer guten Seite von 256. Das haben wir da auf jeden Fall noch hinbekommen. Wunderbar. Vielleicht wird der Part noch mal kurz. Und er liegt es wahrscheinlich noch kürzer. So. Naja, es dauert jetzt gerade einen kleinen Moment, bis er hier fertig ist beim Laden. Naja, egal, was jetzt. Na, wie immer soll, wie es war, umschiedet ihr uns hier heute? Oder ich verabschiede mich heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dirt 4. Und dann machen wir das letzte Rennen in der nächsten Woche auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag-Nachmittag. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder am Montag. Dann im 14.00 Uhr mit dem nächsten Auftakt aus dem letzten Teil des Wels. Und ansonsten sehen wir uns morgen im 14.00 Uhr mit der Formel 1 wieder. Große Preis-Wochen-Monaco. Es wird also spannend. Bis dahin und tschüss. Danke.